Hey, hey, was geht? Mein Name ist Pascal Kuhn Vlogs und willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Und ja, Leute, vielleicht habt ihr mein Gaming-Video schon gesehen. Und zwar folgender Grund, ich habe mein Gameplay im Moment ein Rauschen im Hintergrund. Und zwar liegt das daran, weil, wie man es wahrscheinlich schon merkt, ich habe wieder, kann man das erkennen? Ja, ich habe wieder so einen Pin drinne von einem anderen Headset. Ja, ich kann euch dieses scheiß Headset zeigen. Ich habe alles direkt bei mir, Leute. Ja, dieses Ding hing in dem weißen Controller drinne. Das war der Grund, warum keine Videos kamen. Mit Stimme. Erstmal für ein paar Monate. So, jetzt hängt dieses Stück hier in diesen Controller. So, und... Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe, Leute. Einmal rein, wieder raus. Da steht sich... Ey, ich bin so bescheuert. Und Leute, stört euch nicht deswegen, das wird noch alles weggeräumt. Auf jeden Fall, der Grund ist, warum... Naja, ich wollte mal probieren, ob ich damit auch aufnehmen kann. Halt nur die Stimme. Hat aber nicht geklappt. So, dann wollte ich... Mit... Mit diesem Headset, womit ich eigentlich immer aufnehme, von der Playstation selber... Aufnehmen. So, hat aber nicht geklappt. Ich habe es reingesteckt. Es hat nicht funktioniert, Leute. Ja, neuer folgender Grund... Es hängt im Controller. Ich bin der schlauste Kerl auf der Welt, wenn es darum geht, Sachen zu zerstören, die ziemlich teuer waren. So, Leute. Jetzt kommen wir zum Rauschen. So, ich habe im Moment dieses Headset hier von meiner Ex-Freundin geschenkt bekommen. Schon etwas länger, aber ich weiß, da ist ein Rauschen drin, deswegen nehme ich damit nicht auf. Aber, weil es jetzt das einzige ist, womit ich aufnehmen kann, habe ich ein Rauschen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das sieht so gut, aber wie man sieht, es ist schon ein wenig geklebt. Hier auch. Ihr seht schon, wie verframt das aussieht. Wurde halt auch schon länger genutzt. Auf jeden Fall, das Ding hat ein Rauschen und das kriege ich auch irgendwie nicht weg. Egal, wie oft ich am Ton bei der Playstation arbeite oder nicht. Es geht einfach nicht weg. Ziemlich scheiße. Habe ich ja nochmal gut hingekriegt, oder? Nicht. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt erstmal die einzige Methode sein, wie ich das Headset... Wie ich reden kann bei den Videos. Ihr hört es ja bei den Gameplays, dass ich da ein Rauschen im Hintergrund habe. Ich hätte es vielleicht besser machen können, oder gar nicht erst dieses Ding in meinen Controller schicken sollen. Aber naja, ich meine, der Controller, der geht ja noch gut, geht ja hier alles, aber... Das ist das einzige, was mich abfuckt. Das habe ich bei dem weißen Controller auch gehabt, aber bei dem weißen Controller kriege ich das nicht ganz raus. Ja, und ich habe hier gerade wenig Platz. Wie immer. So Leute, und das war es jetzt eigentlich schon zum Video. Wenn ihr dieses Rauschen in meinem Video hört, dann bitte Leute, schreibt mir in meine Kommentare, wie ich dieses Scheißrauschen wegkriege. Wie gesagt, ich habe schon am Ton so ein bisschen gearbeitet, aber wenn ich den Ton wegmache, dann ist meine Stimme auch weg und das hat dann auch keine... Dann hätte ich auch gar nicht erst reden brauchen bei dem Video. Ja, ich versuche auf jeden Fall, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Wenn ich nicht weiter weiß, Leute, dann bitte schreibt mir unter meinen beiden letzten Gaming-Videos, schreibt mir dann mal bitte Kommentare. Und auch gerne unter diesem Video hier. Ja, Leute, mein Gaming-Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, zeigt dieses Video an, wenn es euch am Freunden gefällt, dass es euch ja abonnieren, abonnieren, like nicht vergessen. Und dann würde ich noch sagen, 3, 2, 1, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.